Der macht die Pitschi. Der trinkt da. Unser Zschauchen macht es richtig. Lussi. Schmeckt das gut? Bärli. Pitschi. Mach mal. Nill. Charlie. Was hat er da? Jetzt gehe ich erst mal schauen, was die Luca da macht. Gehörst du zu mir? Er gehört zu mir. Wie mein Kater an der Tür. Charlie. Und Sullen. Tu mal Sully machen mit Halli. Nein. Das ist das allabendliche Abtasten nach Zecken oder sonstigem Getier, weil das ja in einer desolaten Tierhaltung mit Freigang natürlich überhaupt nicht ausbleiben kann, dass man die Tiere nach irgendwelchen Untermietern durchsucht und die dann auch fachgerecht entfernt. Ernst, die hat sich getraut und hat es gemacht. Herr Mayer, schauen Sie mal in die Kamera. Hallo, haben Sie gut gemacht.